Servus Monster Hunter, heute geht es um die Rüstungen die es in Monster Hunter gibt. Es gibt sehr viele verschiedene mit verschiedenen Boni. Das Ganze ist sehr groß und sehr komplex und ich möchte euch das Ganze etwas zeigen und näher bringen. Wir sind jetzt hier in der Schmiede unterwegs, gehen auf Ausrüstung, Schmieden auf die Rüstung drauf und hier seht ihr wirklich schon sehr viele Rüstungen bei mir freigeschalten. Das sind die hochrangigen Rüstungen. Am Anfang habt ihr nur die niederrangigen Rüstungen. Die gehen bis Jägerrang 11 ungefähr und wenn ihr dann etwas höher seid, bekommt ihr dann die hochrangigen Rüstungen. Wir fangen bei den kleinen Rüstungen an. Ihr seht, es sind schon sehr viele bei mir freigeschalten. Jedes Mal, wenn ihr ein Monster tötet, bekommt ihr von dem Monster diese Rüstung freigeschalten. Um sie dann herzustellen, braucht ihr natürlich die gewissen Materialien von den Monstern und wenn ihr die alle besitzt, könnt ihr die natürlich herstellen. Bei mir fehlen hier noch zwei Sachen, deswegen sind die hier rot markiert. Man kann die Rüstungen vorab auch mal anschauen von der Optik, ob sie zu eurem Charakter passen, indem man hier einfach die X-Taste drückt. Man kann die einzelnen Sachen anklicken von verschiedenen Sets oder wenn man ganz vorne auf Set komplett drauf geht, dann seht ihr, das leuchtet komplett grün, kann man sich sozusagen die kompletten Sets angucken, wie sie eben aussehen. Jetzt kommt das Komplizierte von Monster Hunter, das sind natürlich die Rüstungsteile einzeln von den Verteidigungswerten. Wo haben sie ihre Schwachstellen, wo sind sie etwas stärker und dann gibt es noch Bonusfähigkeiten. Schauen wir uns zuerst den Verteidigungswert an, der ist hier bei dieser Rüstung 32, das ist bei den Niederrangigen der höchste Wert. Desto höher natürlich umso, ja, umso stärker seid ihr einfach oder umso mehr Schaden könnt ihr einstecken. Dann natürlich weiter unten seht ihr, gegen Feuer, gegen Wasser gibt es Resistenzen oder ihr seid halt gegen das bestimmte Element nicht so resistent. Das sieht man hier, gegen Feuer habt ihr drei Punkte mehr, seid etwas resistenter, gegen Wasser ist diese Rüstung etwas anfälliger. Das kommt daher, da dieses Monster natürlich auch gegen Wasser anfällig ist oder gegen Eis, dann ist die Rüstung natürlich dafür auch etwas anfälliger wie für andere Sachen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, zu den Fähigkeiten. Die kann man aufrufen, wenn man die Backtaste drückt. Jedes Rüstungsteil hat seine eigene Fähigkeit, hier zum Beispiel kritisches Ziehen und die habt ihr dauerhaft aktiv, Zug- und Angriffsaffinität plus 30% und es gibt halt wirklich verschiedenste Bonusfähigkeiten. Jedes Rüstungsteil hat eine andere Fähigkeit drauf, wir können zum Beispiel hier drauf gehen, hier seht ihr zum Beispiel reduziert geringfügig die Wirkung von leichten Winddruck. Dann, ich habe zum Beispiel eine coole Rüstung an, wenn wir hier drauf drücken, dann erhöht die Affinität für Angriffe auf schwache Punkte um 15% oder zum Beispiel der Helm, ne das ist der falsche Helm, hier zum Beispiel, man bekommt 15% weniger Schaden und so hat jedes Rüstungsteil seine eigene Fähigkeit. Ist ganz cool. Dann gibt es insgesamt von einzelnen Monster-Sets noch, ja, so extra Fähigkeit-Set-Bonis. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel hier drauf gehen, für Ligiana bedraucht ihr drei Teile von diesem Set und dann bekommt ihr diesen Set-Bonus on top obendrauf, dass ihr eine höhere Chance habt bei einer Quest-Belohnung, ja, auf besseren Loot. Das war es jetzt hier von den Grundrüstungen. Etwas komplexer wird es dann mit den hochrangigen Rüstungen und das geht dann immer so weiter. Wie gesagt, ich bin jetzt selber, glaube ich, Jägerrang 12 und es wird auch immer noch so weitergehen und es wird immer bessere Rüstungen geben. Wie gesagt, wir sind jetzt hier bei hochrangig, da sind die Rüstungen teilweise etwas stärker, seht ihr auch, es geht jetzt hier bei 30 los und geht hier richtig schön nach oben. Hier ist wichtig zu wissen, dass es zwei verschiedene Sachen gibt bei den Rüstungen. Man kann sie einmal herstellen mit vorgefertigten Fertigkeiten, die seht ihr hier. Bei hochrangig sind es meistens auch schon zwei Fertigkeiten, die auf der Rüstung sind. Bei niederrangig gab es ja nur eine und man kann die Sachen aber auch selber füllen, wenn man die Steine hat. Bedeutet, wenn man die untere Rüstung herstellt, hat die wirklich keinen Bonus. Das seht ihr auch, die Slots sind frei und in diese Slots kann man da natürlich was reintun, einen Stein, den man lootet im Spiel und dann kann man sich diese Rüstung, ja, sozusagen selber verbessern, verzaubern mit den richtigen Sachen, die man haben möchte. Was es noch gibt bei den hochrangigen Rüstungen ab Stufe, oder Jägerrang Stufe 11, man kann diese Rüstungen färben. Die Normalrüstung kann man nicht färben, die hochrangigen, ab da können sie dann gefärbt werden, wie man sie möchte. Wenn wir wieder im Auswahlmenü sind, können wir da auch noch die Rüstung verbessern. Das geht natürlich hier mit Rüstkugeln. Wir können jetzt zum Beispiel hier auf diesen Helm gehen. Es gibt verschiedene Rüstkugeln, ich weiß gar nicht, wie hoch das Ganze geht. Ich habe jetzt hier die Stufe 1 und Stufe 2 und desto mehr Rüstkugeln wir hier reinstecken, umso stärker wird natürlich die Rüstung. Und ja, nur hier zur Info, dass das natürlich immer noch stärker gemacht werden kann, das Set. Dann gibt es natürlich noch hier Dekorationen anbringen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, mit diesen, ja, mit diesen extra Verzauberungen, die man selber drauf machen kann. Man sieht es jetzt hier zum Beispiel, ich kann hier einen Angriffsboost drauf machen, weil ich diesen Juwel besitze einmal. Einen anderen Juwel habe ich sogar zweimal. Und den bekommt man am Schluss durch Questbelohnungen, wenn man das Monster getötet hat. Wenn man etwas Glück hat, bekommt man halt diese Juwelen raus. Und so kann man seine Rüstung dann am Schluss selber verzaubern. Das war es jetzt hier soweit mit diesem Rüstungsguide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist auf jeden Fall sehr komplex. Da wird wahrscheinlich auch noch mehr freigeschalten werden, desto höher man im Jägerrang wird. Ich würde mich über ein Like freuen, dann weiß ich, es hat euch gefallen. Ansonsten, wer mehr sehen will, abonniert einfach meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.